denn der schmelzofen kommt ja das ist ein schmelzofen so da der schmelzofen dann ein bisschen biet jetzt ja schneller äh da ein bisschen das läppische da war den zweiten emerald den lohnsamen müssen tun und apfel wettchen blas pfeile in der perl rötchen jetzt schmerzen wir jetzt mir alles ein generatoren an die boten wollte ich das wort was schon muss man nicht auf eine netter last auch noch den warst werden soll jeder ziegel dann packe ich das jetzt mal ist das dass das dass das da muss dann nicht mit drei dias brauchen und ich hätte auch schon gern wir schwer sticks haben wir nicht mehr da also das ist meine frage kann man die pricks 8 kannst aber netherreaction wird es nicht ein sticks sticks ja ich mache mir schon selber sticks spitz hieken und die erschwert Gehen wir mal da oben hin unten und ich guck ihn mal an, was das alles so bringen wird. Ich guck das geht nicht mit dem Beinen. Wir müssen ja gar nicht in den Neta. Bin ich ja nicht komplett verblödet? Ich bin doch hier. Hier ist doch überall ein Netherrack. Nimm ich das halt mal mit. Scheiße. Direkt die nächste im Anschlag. Hier kommt auch mit. Aber da kann man bald vielleicht... Kann man bald vielleicht wirklich mal in Angriff nehmen. Dieses eigentlich viel zu große Portal. Was mich aber trotzdem interessieren würde... Geht das mir auch mit Weinen absinieren? Ice Pocket Challenge. Okay. Ich möchte das Portal mit Schwung gern so groß lassen. Aber erstmal geht's pennen. In unserem schönen Häuschen. Nein! Verschwinde! Nein, kannst du jetzt Schlachtenwurzel in der Nähe. Nein! Und dann... Kann ich den hier reinpacken? Eigentlich nicht. Dann muss ich mal raus. Dann tauschen wir mal hier so. Dann haben wir hier mal ein bisschen Lid. Bisschen Eisen. Und hier schmeißen wir das durch. Brauchen wir dann doch... Magma Blöcke. Brauchen wir dafür. Die sind doch da auch. Wartet, der war... 3 x 3 x 3. 3 x 9... 27 Blöcke brauchen wir. Es kann sein, dass ich mich vertue, dass er 4 Blöcke hoch ist. Der Blast vorne ist, aber... Ich... Ich spekuliere jetzt mal, dass das nicht ist. Wo kommt man denn da raus? 1, ne? 3. 3. Gut. Ich hoffe, der ist jetzt weg. Ja, er ist weg. D. Da. Ich schreib mal D. Ich hab Rücken schneid. Nein, ich bin noch nicht wach. Ich schlaf noch. Und wieder auf die Fresse legen. Hehehehe. Gut. Er ist komplett weg. Hier nochmal rüber. Und bauen nochmal ein paar Magma Blöcke ab. Oh Gott. Oh Gott. So viel Krieg wollte ich jetzt im Dorf nicht. So viel Krieg wollte ich jetzt im Dorf nicht. Wenn man da drüber sneakt, bekommt man übrigens keinen Schaden. Nur wo man steht. Das ist... Oh. Sehr spezieller Block. Ja. Reichen 14? 14 sollten reichen. Komm. Ähhhhh... Netherrack. Das sind seine Ursprungsformen hier wieder herstellen. So. So. Jetzt haben wir es aber trotzdem nicht getestet, wir haben nämlich, äh, doch wir haben, äh, hier ist ein Feuerzeug, cool. Nein, das geht nicht. Was, warte, weinen, der Obsidian, kann man da irgendwas draus machen? Irgendwas gut? Seelenanker. Oh, diesen Seelenanker. Man merkt, dass die, äh, komplett durchsiffen. Achja, die Farm. Ah, ja, aber vorher cool. So, ein Gold, der will. Ein Gold, never. Warte, nehmen wir jetzt mal durch hier. So. Äh, 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 äh. Das ist ja in zwei. Ich packe mal da mit rein. Was packt jetzt alles. Ich packe jetzt mal alles hierzu. Ton. Ich brauchte eigentlich noch einen Ofen, ich habe bestimmt noch meinen hier rein getrun. Ich habe meinen Ofen weggemorfen. So. Oh, Gottes Willen. Weg damit. Gut. Das war jetzt nicht geplant. Soll ich mein Haus anzünde? Draußen rennt wieder wer vor der Tür. Geht doch gar nicht. Hallo? Ey. Das ist meine Farm. Du brauchst gar nicht so gucken. Oh, jetzt rückst du es. Gut. Gehen aber mal kurz hier rüber. Das ist echt fertige Haus. Ach, man kann es ja jetzt mit Rechtskrieg machen. Beziehungsweise bis auf bei denen. Bei denen muss ich es trotzdem abschlagen. Jetzt einmal. Ui. Kein Bock durch die Tür zu gehen. Oh, oh Gott. Das will in der Miro. Du Scheiß-Kürbis. Du Scheiß-Kürbis. Da. Mann, ich platze hier die ganze Zeit fackeln. Hallo. Hallo. Gab's nicht auch ein Neterit? Mit in der 1.16 irgendwie sowas? Ja, da. Neterit-Neterit-Schwert. Aus Neterit-Barren. Ja, wie war ich Neterit? Aus Neterit-Platten. Und Gold. Okay, das... Gold ist mir sowas... ...zu gebrauchen. Antiker Schrott. Wie bekomme ich antiker Schrott? Muss ich irgendwie abbauen? Denk mal Neter. Neter.